so nix drin naja was eine kacke aber gut alles dann mit hoffentlich ein bisschen was besser jetzt als etwas war davor hatten Kann nur besser werden. Auf, auf, fahr mal. Alles klar, die Strategie bleibt unverändert. Nur bei den Bremswegen musst du bedenken, dass es nass ist. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Da wurde ich ein bisschen zu und die müssen sich in die Ecke gehen. Ich glaube, da hast du jemanden mitgemacht. Aber klar, dass da wieder einer mit rein steht. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Ich weiß, wenn was war. So, jetzt ist er eine erste Mal Führung. Kommt noch eine erste Runde rum. Okay. Guter Start, bleib an der Spitze. Die Runde war länger als das wir gestern hatten. Ich habe mich jetzt ein bisschen absetzen zu versuchen, zumindest. Ich weiß nicht. Ziemlich rutschig, ich muss ein bisschen aufpassen, jetzt kann ich gerade gas geben und so, gas geben bremsen. So, letzte Runde. Bleib in Führung, letzte Runde. Nein! Nein! Oh Mann, da bist du schon wieder schön, sind wir hier vorne. Nur wieder nicht. Die Lücke nehme ich mit, da ist mir ein bisschen zu viel Platz gelassen, Kollege. So, Kollege, die 5. Ah, Gott sei Dank, wieder weggekommen. Aber das muss nichts heißen, dass ich wieder alles in der letzten Kurve verkacke oder in der letzten Meter verkacke. So, Gott sei Dank, Gester rennen geht an uns. Glück hat. Oh, da brauche ich eine Zeitschaft her, okay, warum noch? Oh, da brauche ich eine Zeitschaft her, okay, warum noch? So. Nächsteren. Shanghai. Okay, Gott. Shanghai, Shanghai. Auf geht's. Renn Nummer 2. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. So, P5 sind wir jetzt mittlerweile schon nach vorne gezogen. So, dann haben wir noch ein Rennen. So, dann haben wir noch ein Rennen. So, dann haben wir noch ein Rennen. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Die Kollegin war auf die 12. Und dann? Dann? λέ sinaижуРemente mit der 9. Dann? Ja. Dann. Dann? 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 Nein, bei mir bitte wirklich nicht. Dann? 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 So, das war die Hälfte des Landes. Oh Alter, ich bremse nur wirklich an und der dritt mich komplett verkindert am Arsch. So, das war die Hälfte des Landes. So, letzte Runde und dann noch einrennen. So, das war die Hälfte des Landes. 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 Das kriegen wir hin. So, bitte sofort da. So, bitte sofort da. Moment, geht sofort los jetzt hier. Okay, dann jetzt auf ins Letzte, alle Letzere. Drei Runden hier im Havanna. Viel Erfolg. Danke. Danke. Ja, schauen wir mal. Danke. Danke. P4. Ja. Ah, der wird da vorne. Dritte. Gute erste Runde. Mach weiter Druck. Den hole ich mir da vorne, der hat beide Jungs an. Angriff. P2. Jawohl. Ne, der will sich nicht vor, klar nicht geschlagen gehen. Aber den muss er nur mal abgeben. Dann hier kann ich noch mal puntern. Oh, da ist er ein bisschen angeheckt. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. So, vierter Platz momentan. So, vierter Platz, zwei, vierter Platz, zwei, vierter Platz, drei, vierter Platz correspondant. Dann das hier auf und schnappen. Und dann das hier auf. Bis Sonntag. So, jetzt schön hier rum. Letzten Meter. Wir haben mal das Rennen Nummer 3 auch gewonnen. Yes! So, ich glaube, die Uhr hatte einfach nichts zu bedeuten, dass wir kein Deutsch drauf haben, sondern sicherheitsrunden hatten. Passt auf jeden Fall. Wunderbar. Fürs Team ist das sehr gut gewesen gerade. So. Würde ich jetzt nicht wohl, wenn wir mal auf 1 stehen würden. Weil das sollte eigentlich funktionieren. Dritte 3 Rennen, 3 Siege. Ja, perfekt. Doppelsieg für das Team. Gut. Und dann geht es hier weiter mit dem nächsten Ding hier am Montag. Naja.